Dann hatten wir eine Band. Wir waren alles Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Deswegen hießen wir The Defenders. Ich habe Gitarre gespielt und dann gab es einen kurzen Gastauftritt von Omid Noripour, der gerappt hat. Und wir haben so zehn Songs gespielt. Und das richtig Schöne an dem Abend ist, dass eine Schülerband vor uns gespielt hat. Das war der WG-Partner vom Sohn von Paul Schäfer, also von dem Verteidigungspolitik Sprecher der Linkspartei. Zwar sein Abschied und sein Sohn hatte dann vorgeschlagen, dass diese Schülerband aus Köln das spielt. Diese Schülerband ist später bekannt geworden als Ann-Mai-Kantereit. Und irgendwann saß ich mit Henning May mal zusammen und dann erzählte er, dass er mal im Bundestag gespielt hat. Und ich erzählte, ich habe da auch schon mal Musik gemacht. Und dann stellten wir wirklich beim Bier fest. Ann-Mai-Kantereit war meine Vorband.